Moin liebe Angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen Session. Yep, er ist wieder da. Er versucht es wieder. Er ist wieder auf 80 Meter. Erinnert euch an die vorletzte Folge? Nein, an die letzte. Ich habe euch erzählt, es lief schrecklich auf 80 Meter. Guess what? Ich gehe noch mal hin. Wir haben das Setup ein bisschen abgeändert, aber ich hoffe, dass es diesmal besser läuft. Im Übrigen stehen wir heute ganz im Osten. Ich habe gesehen, dass das hier in dem Zwischenbereich auch nie so viel tiefer ist, um die 90 Meter. Das heißt, wir können, wenn wir rüber treiben, auch notfalls dort angeln. Und ich komme mal dazu, ein bisschen mehr den Osten vom 80er zu testen. Ja, genau. Da ja die normalen Natural Squids bei uns nicht so richtig laufen wollten gestern, habe ich mir überlegt, dass ich da was anderes ausprobiere. Tatatata. Wir testen auf Colored Octopus. Ist auch eine Octopus-Variante. Die andere Option, in dem Fall auch die andere große Option mit 21 Zentimeter. Gegenpart sozusagen zu 23 Zentimeter Natural Squid. Den haben wir hier in verschiedenen Farben drauf. Grundsätzlich das Setup groß gewählt. Tausender Florespilk drauf. Dann haben wir hier ein 10.0 UFS Treble. Das ist, glaube ich, sogar der Standardhaken, wenn ich mich nicht täusche. 8.0er gehen wir nochmal runter. Ich teste mal diese Rage MRAB Series. Die habe ich gesehen im VK und wollte sie auch ganz gerne mal testen. Ich habe es ein bisschen abgeändert. Das Setup ist so oder so ähnlich im VK zu finden. Ich habe es, wie gesagt, noch mal ein bisschen modifiziert. Eher mit blauen Elementen und Florespilk statt Kriegerfischhunter 1000 und gelben Elementen. Einfach, weil ich das für gut fand. Makrelenhecht in Hoffnung auf Haie. Dann haben wir hier 6.0er Haken durchgängig. Lynz Colored Octopus 2er in weiß. Wir haben in Rot und Fluoreszierend, glaube ich, ist das. Ist das? Weiß ich nicht. Na, was ist das? Rot-Creme-Farben. Irgendwie sowas in die Richtung. Bisschen Kontrast halt an dem Köder selber schon direkt dran. Sieht aus wie so ein kleines Kondom. Egal. Nein, mit Fluoreszierenden und Roten Perlen. Dann haben wir hier nochmal einen Fluoreszierenden Colored Octopus. Auch auf 6.0er Haken mit Fluoresperle und Schwarzer Perle. Und damit, damit werden wir heute starten. 80 Meter ist zum Glück zum Absinken. Nicht ganz so schmerzhaft wie über 100 Meter. Von daher testen wir es einfach mal. Ich habe in letzter Zeit häufiger gesehen, dass Colored Octopus ganz geile Fische gefangen hat. Dahingehend auch wir hoffentlich jetzt mal. Drückt uns die Daumen. Die Stunde rechnet sich ab. Jetzt. Gut. Unsere Sinkphase ist da. Das wird jetzt ein Weilchen dauern, bis wir da unten ankommen. Machen wir uns also gemütlich. Lehnen uns zurück. Wir legen die Füße hoch. Und hoffen, dass die Colored Octopus was fangen. Diesmal auf 80 Metern nochmal. Ich wage es wieder. Es ist ein neuer Versuch. Es ist eine neue Chance. Es ist ein anderer Köder mit möglicherweise besseren Fangergebnissen. Machen wir uns nichts vor. Es kann genauso schief gehen wie auf Natural Squid neulich. Aber erst mal gucken. Nicht den Tag schon vorm Abend loben. Oder in dem Fall verfluchen. Und ratet mal, wie wieder seinen Drilltimer vergessen hat anzumachen. Ganz genau. Der Kuhn war's. Und da ist unser erster Kandidat an der Angel. Hat jetzt zum Glück nicht so lange gedauert wie beim letzten Mal. Beim letzten Mal hat es fünf Minuten gedauert, bis ein untermaßiger Lump dran war. Und danach war zwölf Minuten gar nichts mehr. Ich mag optimistisch sein, was es diesmal angeht mit dem heutigen Setup. Müssen wir uns mal angucken. Was kommt da? Ein Seewolf mit Haken. Aber unter 1000 Gramm. Okay. Meinetwegen. Okay. Ja. Schön. Der nächste Kandidat an der Angel dran. Macht sich noch ein bisschen schwer. Aber nur ein bisschen. Oh. Das ist guter Widerstand. Oh. Na? Was haben wir denn da dran? Sag mal. Macht sich aber doch ein bisschen schwerer. Oh. Was ist das? Was ist das? Seht ihr das? Ist das ein Kabeljahr oder ist das was anderes? Ich mach meinen Timer an vorsorglich. Nanu. Es könnte auch auf Hai hindeuten, dieses Hin und Her. Frage ist, was für einer? Heringshai oder Grönlandhai? Wäre eine Option, das anzunehmen. Aber geht alles noch? Ist alles noch nicht so wild? Wir müssen zwar zumachen, ja. Aber es geht nicht mehr über den ersten Strich hinaus. Damit ist alles noch relativ greifbar. Trotzdem interessiert es mich, was da dran hängt. Sehr schön. Noch 10 Meter. Und da sehe ich schon was. Aber ich kann es noch nicht ganz zuordnen. Es sieht nach Hai aus. Es sieht nach was Besonderem aus. Auf jeden Fall. Was bist du denn? Oh, es ist kein Hai, Leute. Es ist ein Schwertfisch. Wow. Hey. 31 Kilo Schwertfisch. Neuer Rekord. Das Dreifache von meinem bisherigen. Was? Einfach mal ein Schwertfisch an der Angel. Ey, ich glaub's nicht. Okay, das ist mal ein krasser Einstieg jetzt hier an der 80. Ui. Der sieht aber auch stark aus. Ich mag diese Optik. Die werden richtig blau, diese Augen später. Je größer die werden. Das ist so geil. Oh, Mann. Was für ein geiler Brecher. Das ist schön. Sowas freut mich. Uuuuh. Geil. Also das ist wirklich ein nettes Geschenk. Ab in den Kescher. So, nächster Kandidat. Was haben wir hier? Ein Seehecht mit 1,8 Kilo. Tja, also auf 8 Minuten, was ich so bisher sehe an Fischen, das überzeugt mich schon, muss ich sagen. Auch auf Florespilk gegangen. Der hier ist auf Colored Octopus. Also Florespilk wird momentan auf 80 gerade bei mir besser genommen als Colored Octopus. Halten wir das kurz mal fest. Und wenn der Colored Octopus genommen wird, zumindest bei den drei Fischen, die ich bisher vorliegen habe, und dann von einem sehr kleinen, fast, hoppla, dann von einem sehr kleinen, fast untermaßigen Seewolf. Wir bleiben dran. Da gibt es auf jeden Fall noch Nachholbedarf. Da müssen wir weiterschauen. Und da haben wir einen Sinkbiss. Oh, da haben wir einen Sinkbiss, Leute. Das ist super. Auf 40 Meter, auf halber Strecke, ist uns irgendwas rangegangen. Sieht auf jeden Fall ein bisschen. Das sieht nicht verkehrt aus. Ich sehe schon, Kabeljau hängt dran. Dann holen wir uns den mal hoch. Auf die letzten paar Meter schmeiße ich jetzt nicht nur einen extraen Timer an, denke ich. So, nächster Fisch. 12,8 Kilo Kabeljau. Sehr schön. Weiter. Es geht und geht und geht. Und da haben wir wieder einen Sinkbiss, Leute. Auf 35 Metern. Das ist aber diesmal wirklich sehr überschaubar. Tendiert bei mir momentan zu Makrele oder Wittling. Zweiteres wäre gewünscht, aber... Am Ende müssen wir gucken, was es ist. Auf jeden Fall eher was Kleines diesmal. Wittling. Schön, mit 700 Gramm. Wunderbar. Die Fische bleiben aufregend. Die Fische bleiben aufregend. Und was ist das? Da kommt... Oh, schön. 3,1 Kilo Dornheim. Mensch, die guten Bisse, sie werden nicht weniger. Also wirklich, egal was wir hier rausgezogen haben. Selbst der Lump hat 7 Kilo. Wir haben wirklich tolle Fische hier an der Ecke. Hätte ich nicht gedacht. Aber... Sie sind da. Colored Octopus 2 hier in dem Fall. Colored Octopus 1. 2, da ist der Hai draufgegangen. 1, der Rote, da ist der Wittling draufgegangen. Der Lump ist auch auf 2 gegangen. Also weiß. Der Wittling ist auch auf 1 gegangen. Also rot. Okay. Dann Florespick dazwischen. Ich denke, die Kombination der Köler ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Das sieht alles super aus. Hier wieder ein bisschen in der Sinkphase. Auch wieder ein bisschen Widerstand verbunden. Sehr gut. Was ist es diesmal? Ich vermute fast, dass es diesmal mal ein ganz normaler Köler einfach... Wir hatten den Widerstand, der ruckzuck nachgelassen hat. Wir haben etwas größeren Widerstand. Das könnte Köler sein. So mit 4 Kilo eventuell. Dann sei es ihm gestattet, auch mal zu beißen. Bei den ganzen coolen Fischen, die wir bisher hier schon hatten... Da muss es auch mal einen geben, der nicht ganz so toll ist. Also knappe 4 Kilo Köler. Ja, das war der Schätzung entsprechend ähnlich. Aber so vom Grundsatz her sieht es echt nicht verkehrt aus, was wir hier erleben gerade. 80 Meter scheint doch ganz gut zu sein. Man muss halt nur mal wieder mit den richtigen Ködern da sein. Na dann, zeig mal her. Der nächste Kandidat. Ja. Komm, was bist denn du? Ein... Oh, kleiner Rotbarsch. Den hatten wir noch nicht. Der passt sich wunderbar ein in unsere bunte Sammlung hier an schönen Fischen. Ey, guck dir mal die Wittlinge an. Den schönen Dornhai hier. Das ist geil. Gerne mehr davon. Gerne mehr davon. Östliche 80. Sieht vielversprechend aus. Und dieser schöne, schöne Schwertfisch hier. Es ist echt... Sie sehen so geil aus, ehrlich. Siehen zwar immer aus, als hätten sie sich einen Kampf mit einem großen Frachter geliefert, aber... In dieser ganzen... Schnittstreifen hier an der Seite. Aber anscheinend muss das so sein. So, die letzten 5 Meter. Und da sehen wir einen Seehecht mit 2,4 Kilo. Wunderbar. Wunderbar. Schönes Gewicht. Schöne Größe. 20 Silber mal eben wieder mit in den Kescher reingeflossen. Und ich würde sagen, 6 Minuten haben wir hier noch. Dann machen wir noch mal 6 Minütchen gemütlich. Und hoffen, dass noch was einsteigt. Wie gesagt, Seehecht ist in der Sinkphase auf rund 70 von 80 Metern rangegangen. Damit auch eher einer der Fische, die mal nicht nur beißen, wenn das Ding unten angekommen ist, sondern halt auch zwischendurch. Langsam genug sinkt der Köder ja ab dafür. Da kann man das schon mal erwarten, dass das passiert. So, ich habe beschlossen, dass wir das Ganze hier auf 80 Metern vertiefend machen in zwei Abschnitten. Nämlich einmal im Osten, wo wir jetzt gerade uns aufhalten. Und dann nochmal weiter westlich von uns. Sozusagen als 2 Stunden Runde. Und dann einmal da, einmal da vergleichen. Beziehungsweise generell gucken. 80 Meter ist da wieder ein bisschen was los. Was ich toll finde, bisher hatten wir noch kein Heilboot drauf. Sondern dafür viele andere interessante Fische. Was sieht nach Seewolf aus? Oh ja, schön. 8,7 Kilogramm. So, wir haben die erste Stunde hier auf 80 Metern dieses Mal erfolgreich hinter uns gebracht. Der erste Abschnitt ist soweit erfüllt. Wir fahren jetzt rüber nach Westen und gucken mal, ob wir da in der nächsten Stunde ebenfalls so gut vorankommen. So, da haben wir 1,6 Kilo Seehecht. Der dritte inzwischen. 1,8, 2,4, 1,6. Soweit, so gut. Aber die dürfen auch gerne mal ein bisschen größer werden. Ja. Ja, 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 ja. Das sieht gut aus. Habe ich eben auch schon gesagt. Oh ja. Ja, 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 ja. Da ist jemand wach geworden. Ich mache den Timer an. Ist doch nur wieder eine Lump, oder nicht? Ne, ist ein Schwarzwisch. Oh, wir haben einen Schwarzwisch, Leute. Cool. Guckt mal. Wow. Wie cool. 14 Kilo Schwarzwisch an der Angel. Na also. Hey. Toll. Das macht Spaß. So was will ich sehen. Geil. Mega. Ab in den Cresher. Sau geil. Das ist unser seltener Fisch, den wir auf der Westseite jetzt gekriegt haben. Erst 31 Kilo Schwertfisch im Osten und jetzt 14 Kilo im Westen. Wow. Schön. Herrlich. Das macht Spaß. Das freut mich. Was kommt denn da hoch? Kabeljau. Dann also Kabeljau. Wie viel hast du? 20 Kilo. Ja. Kann man mal einpacken, würde ich sagen. Ab dafür. Schick. Gefällt mir. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Guter Widerstand, Leute. Guter Widerstand. Jetzt geht er nämlich drüber hinaus. Guck mal hier. Oh ja. Schön. 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 Schöner Gegendruck. Nice. Vielversprechend auf jeden Fall. Boah. Jetzt macht er sich aber richtig schwer. Guck mal hier. Liegt er sich aber richtig ins Zeug. Wahnsinn. Da haben wir was. Was ist das? Lump hängt dran, Leute. Aber es ist keine Trophy, leider. Boah. Krass. Knapp vorbei. Oh. Wieder so 572 Gramm. Schade, Leute. Schade. Das war potenziell sehr, sehr optimistisch. Wahnsinn. 18 Kilo. Das wäre unsere Zahl gewesen. Nicht schlecht dennoch. Nicht schlecht. Das wird auf jeden Fall im Fangbuch, beziehungsweise nicht im Fangbuch, sondern im Verkauf später sich sehr positiv hervortun. Nach wie vor. Schade. Echt schade. Aber hey. Das Leben geht weiter. Und das ist schön, dass der gebissen hat. Auf jeden Fall. Aber der ist jetzt auch der nächstgrößere noch. Das war ja aufregend jetzt. Tja, was will ich dazu sagen, ne? Noch eine Viertelstunde haben wir. Dann sind zwei Stunden durch. Und die Fische bisher sehen sehr vielversprechend aus, möchte ich behaupten. Was haben wir da Schönes? Oh. Oh. Das ist schön. 4,7 Kilo Dornhai. Oh. Der ist gut. Der wird uns auf jeden Fall ordentlich den Kescher hochballern. Wieder mit Silber. Oh. Der ist gut, Leute. Mega. Fangzeit. Wir haben jetzt noch 14 Minuten Zeit. Das ist schön. Oh. Das ist schön. So. Das wird der letzte Fisch für diese Session. Er hat endlich gebissen. Und er ist auch nicht ganz so klein, würde ich mal schätzen. Vielleicht haben wir da noch einen Abschiedslump mit 4, 5 Kilo drauf. Dann würde ich den nehmen. Nachdem das jetzt ein bisschen noch gedauert hat, bis der letzte Biss reingekommen ist, haben wir ihn schlussendlich doch noch erhalten, das heißt, wir können jetzt mal schauen und sehen, da hängt ein Abschiedslump tatsächlich dran, der mit 4 Kilo nochmal zu Buche schlägt. Er winkt nochmal zum Abschied der Abschiedslump und damit verabschieden wir uns erstmal vom Meer und sehen uns gleich im Hafen wieder. Palum, palum. Wir sind wieder zurück. So. Das Wetter ist übrigens herrlich hier im Hafen. 36 Fische haben wir erbeuten können. Kaffeeaufträge, da können wir sicherlich das ein oder andere abgeben. Genau genommen können wir nur eins abgeben, nämlich den Seehecht hier mit 1,6 Kilo. Das sind schon mal 86 Silber. Aber wie gesagt, wir rechnen jetzt nicht die 86 Silber mit. Wir gucken uns immer die Blankowerte an. In dem Fall schauen wir uns erstmal an, was kam denn eigentlich so insgesamt zusammen. Wir gehen jetzt mal nicht nach Preis, sondern wir gehen tatsächlich erstmal nach Fangzeiten. Denn von diesem Seewolf hier oben bis hier unten waren wir im östlichen Abschnitt unterwegs gewesen. Auf dem Nordmeer auf 80 Meter haben wir hier in der ersten Stunde 669 Silber gemacht. 265 alleine durch den Schwertfisch. Das ist jetzt also der Wert 669, den wir für die östliche Beangelung erhalten haben. Danach ging es weiter ausgehend vom Schellfisch bis hier oben hin zum Lump. Da haben wir 608 Silber nochmal gemacht innerhalb der zweiten Stunde. Auf dem westlichen Abschnitt der 80 Meter. Zwei Stunden geangelt, nach Gewichten sortiert. Schauen wir uns das jetzt nochmal ganz fein säuberlich an. Die Gewichte besagen 31 Kilo Schwertfisch, 265 Silber. Wir haben den Kabel ja auch mit 20, der bringt 51... Warte mal, ich bin nicht nach Preisen gegangen. So, jetzt nochmal. Schwertfisch, Schwarzfisch, 14 Kilo, 199 Silber. Bam. Dornhai, 4,7 Kilo, 97 Silber. Bam. Seewolf, 8 Kilo, 69 Silber. Ganz genau. Bam. 61 Silber gibt es für die Fast Trophy Lump. Da wäre auf jeden Fall mit 600 Gramm mehr deutlich höheres Silber drin gewesen. Aber das ist jetzt, wie es ist und wir nehmen ihn auch so hin, wie er ist. Genauso wie die ganzen anderen Fischis auch. Genau, Wittlinge wie immer sehr positiv hervorzuheben mit ihren 600, 700 Gramm trotzdem über 20 Silber. Also, dass es jedes Mal, wenn du so einen Wittling ziehst, ist es jedes Mal ein Gewinn für deinen Kescher. Egal wie, egal wo. Genau. Genau, genau, genau. Ich stelle gerade fest, die Makrelen sind ganz schön im Wert geschrumpft, wenn ich 1 Kilo 18 Silber kriege. Es sei denn natürlich, das streckt sich von 10 bis 18 bei 500 bis 1 Kilo. Ja, gut. Ist auch egal. Insgesamt kamen wir in den 2 Stunden hier diesmal auf 1277 Silber, also im Schnitt über 635. Das ist ein gutes Ergebnis und da wir jetzt noch den Seehecht haben, kommen nochmal 80 drauf. Also so ungefähr 1350 haben wir in 2 Stunden gemacht. Ich finde ein gutes Ergebnis. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.